Ihr erinnert euch doch sicherlich genauso gerne wie ich zurück an Good Old Grand Theft Auto San Andreas. Es waren nicht zwei der schönsten Dinge, die man da in dem Spiel machen konnte, zumindest wenn man die Story durch hatte. Sich einen Panzer oder so einen Düsenjet zu klauen oder zu unscheaten, je nachdem. Da gibt man eben einen Jumpjet ein oder den Sheet für den Panzer und besorgt sich wie auch immer entweder einen Rhino-Panzer oder einen Hydra-Jet. Das waren doch so die zwei schönsten Sachen, die man in San Andreas machen konnte. Mit den beiden Sachen dann Blödsinn anzustellen. Mit dem Flugzeug konnte man ziemlich coole Stunts fliegen. Es hat sowieso mir damals einfach so Spaß gemacht, über die Karte zu fliegen oder unter Brücken durch oder möglichst tief oder Loopings und Schrauben zu machen und so weiter oder irgendwas abzuschießen. Und außerdem auch mit dem Panzer, mit dem Rhino-Panzer einfach die Stadt unsicher zu machen. Ich habe mich zwar damals immer geärgert, dass dieser blöde Rhino-Panzer Reifen hat und keine Kette. Aber okay, mit dem konnte man ziemlich viel Blödsinn anstellen und das hat auch einen ziemlichen Spaß gemacht, weil das Ding so gut wie gar nicht kaputt ging. Wenn man wollte, konnte man noch einen Unzerstörber-Cheat reinhauen und hatte so seinen Spaß. Wenn man das Ganze allerdings jetzt in GTA 5 machen will, sieht das etwas schwieriger aus. Denn man kann sich zumindest momentan weder den Fighter-Jet noch den Rhino-Panzer ercheaten. Das heißt, man muss den sich irgendwie auf illegal, ja was heißt legal, auf illegale, aber cheatfreie Art und Weise besorgen. Und dafür gibt es zum Beispiel das wunderschöne Militärcamp, beziehungsweise die Militärbasis im Gelände etwas nördlich von Los Santos. Das Problem bei dieser wunderschönen Militärbasis ist allerdings, wenn man sich der, ja nähern darf man sich der, aber wenn man die betritt, egal ob in der Luft oder am Boden oder im Auto oder wie auch immer. Ich denke, selbst wenn man mit dem Schlitten vom Weihnachtsmann angeritten kommt, man kriegt vier Fahndungsstände. Und in GTA 5 sind vier Fahndungsstände ganz schön viel, da überlebt man es meistens schon nicht so lange. Und wenn man jetzt also so einen Jet haben möchte oder so einen Panzer und hat den sich nach zig Versuchen dann endlich mal mühsam erarbeitet, dann geht der unter Umständen noch kaputt und es ist schon wieder vorbei. Wenn man jetzt wie ich jemand ist, der wirklich gerne einfach manchmal ein Jet hätte, um einfach nur ein bisschen Blödsinn zu bauen, ein bisschen durch die Gegend zu fliegen, vielleicht ein paar Stunts auszuprobieren, unabhängig von der Story, dann gibt es dafür eine einfache Sache und ich möchte euch heute zum Ersten zeigen, wie man die beiden Sachen relativ leicht bekommen kann, also den Fighterjet und den Panzer, wie ist das etwas einfacher möglich, als wenn man da immer frustriert rangeht. Und zudem, wie könnt ihr euch quasi so die Möglichkeit schaffen, jederzeit mit dem Jet rumzufliegen, wenn ihr einfach mal Lust habt, nur ein bisschen durch die Gegend zu heizen, unabhängig von der Story. Also wenn ihr euch das Ding nicht besorgen wollt, um in der Story weiterzukommen, sondern wenn ihr einfach nur, wie damals in San Andreas, wo man gespeichert hat und dann hat man ein Sheet eingeschmissen für den Jet und ist einfach nur durch die Gegend geflogen, um ein bisschen rumzufliegen. Wenn ihr auf sowas, genau wie ich, auch einfach mal ab und zu Bock habt, dann zeige ich euch jetzt heute hier, wie das am besten funktioniert. Für den Fall, dass ihr den Jet fliegen wollt, empfiehlt es sich zunächst natürlich den Charakter Trevor auszuwählen. Falls ihr den noch nicht habt oder einfach keine Lust habt, mit dem das Ganze zu machen, geht das natürlich auch mit Franklin und Michael, aber der gute Trevor ist schließlich der Pilot, also würde ich empfehlen Trevor zu nehmen und ihn auszuwählen. Als nächstes nehmt ihr Trevor Fahrt zum nächstbesten, zu eurer nächstbesten Lieblingsfiale von Abonation und besorgt euch eine schwere Schutzweste für 2000 Dollar. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch noch ein Maschinengewehr oder ähnliches mitnehmen. Besorgt euch ein Auto, was halbwegs gut was aushält, jetzt nicht so eine Billigkarre und dann begebt ihr euch in Richtung der Militärbasis, auf der Karte gezeigt. Wenn ihr bei dem Militärbasis ankommt und es sieht dann etwa so aus, da sind Ruhe, Sicherheitszäune, Schranken, eine Flagge, ein Turm, Wachtärme, Soldaten, Panzer und so weiter, am Himmel auch ab und zu Helikopter, dann bleibt ihr bitte mit einem gehörigen Sicherheitsabstand vor dem Zaun und vor den Toren stehen. Mit eurem Auto, mit Schutzweste, mit Waffen, am besten noch mit vollem Leben, weil es in mir ein bisschen Leben weg macht, aber nichts, die Schutzweste sollte auf jeden Fall gut voll sein, vielleicht noch Spezialfähigkeit voll, also dass ihr gut gewappnet seid. Und wenn ihr jetzt hier vor dieser wunderschönen Basis steht, macht ihr folgendes, ihr geht in euer Handy, geht auf Schnellspeichern, legt einen neuen Speicherpunkt an, der eben nicht euer Story-Speicherpunkt ist, okay, ihr könnt auch den nehmen, aber normalerweise würde ich einfach den Story-Speicherpunkt so belassen, wie er ist, denn ihr macht ja jetzt ein bisschen Blödsinn, also einfach einen neuen Speicherpunkt belegen, euch die Uhrzeit merken und das Ganze erst einmal abspeichern, denn jetzt könnt ihr, egal was schiefläuft, immer wieder genau dorthin zurückgehen, nämlich ihr steht mit eurem Auto und perfekter Ausrüstung vor dieser Militärbasis und müsst quasi nur noch rein spazieren. Und das ist doch mal schon mal eine gute Ausgangslage, da ist man nicht gefrustet, wenn man nämlich hier stirbt, wird man hunderte Meter entfernt in irgendeinem Krankenhaus wieder rausgelassen und es gefrustet, dass man den ganzen Weg nochmal fahren oder fliegen muss, also am besten hier stehen bleiben und einen Schnellspeicherpunkt anlegen. Und dann, wenn ihr diesen Speicherpunkt habt, kann eigentlich nichts mehr schief gehen, jetzt könnt ihr einfach blind probieren, entweder einen Jet oder eben einen Panzer zu kriegen. Im Hintergrund seht ihr ein paar Versuche, einen Jet zu kriegen, da stehen mehrere auf der Basis, teilweise draußen, teilweise in den Hangars, teilweise unter Schutzabrichtungen. Wichtig ist, sobald ihr die Schranke durchfahrt, beziehungsweise einige Meter weiter, kriegt ihr vier Fahndungssterne, die verfolgen euch also dann mit Autos. Da sind teilweise Panzer, die schießen auf euch, Helikopter, Soldaten mit Sturmgewehren, Flugabwehrraketen, die ganze Palette. Und ihr seht, das ist gar nicht so einfach, denn oft kommt man nicht mal mehr dazu einzusteigen, weil man vorher schon erschossen wird oder der Jet wird abgeschossen oder das Fahrzeug, mit dem man reinfährt, wird abgeschossen. Aber früher oder später werdet ihr es kriegen und immer, wenn ihr sterbt und dann irgendwo beim Krankenhaus rauskommt, geht ihr einfach auf euer Handy, wählt den Speicherpunkt aus, unter Spiel laden, den ihr vor der Basis gemacht habt und voilà, ihr steht wieder vor der Basis mit vollem Leben und voller Gesundheit und, okay, es war dasselbe und voller Rüstung und dem Auto und könnt das Ganze nochmal probieren, bis es dann irgendwann klappt. Das Ganze ist halt manchmal auch einfach Glückssache, wo sind gerade Soldaten, gehen die gerade auf euch los oder eben nicht, jedenfalls hier im Untergrund seht ihr, dann hat es nämlich mal geklappt, man muss einfach nur ehrgeizig sein. Noch ein Tipp, wenn ihr mit dem Jet startet, versucht einfach möglichst schnell da wegzukommen und bleibt am Anfang noch sehr tief, denn da sind Flugabwehrraketen, die euch sonst sehr schnell vom Himmel holen. Wenn ihr hört, dass eine Rakete hinter euch her fliegt, müsst ihr ganz steile Kurven fliegen oder einfach ein Looping und irgendwie so schnell wie möglich da weg. Und dann heißt es mit dem Jet einfach von Helikoptern und allem weiteren fernbleiben und so lange warten, bis die vier blinkenden Sterne endlich weg sind, das kann eine ganze Weile dauern, aber die verschwinden irgendwann, solange die nicht mehr irgendwie über Sperrzonen oder sonst was fliegen. Und wenn ihr dann die Sterne los seid, dann geht ihr nochmal auf Schnellspeichern und überschreibt dann oder ihr legt einen neuen Speicherpunkt an, am besten einfach einen neuen, merkt euch hier die Uhrzeit und das ist dann euer persönlicher Jet-Speicherpunkt, denn wenn immer, wenn ihr diesen Speicherpunkt laden werdet, seid ihr mit Trevor in einem Jet ohne Fahndungssterne und zwar in einem Highland Jet, ich würde es so lange machen, bis ihr nicht getroffen werdet beim Starten, seid ihr mit einem Highland Jet in der Luft und könnt jederzeit wieder dorthin gehen und damit rumfliegen, Stunts machen, über Wasser fliegen oder was auch immer, was ihr machen wollt. Wenn ihr nämlich dann bei einem eurer waghalsigen Stunt oder Flutmann über doch mal zu unvorsichtig seid, so wie ich hier, mir dann irgendeinen Baum oder einen Pfosten gönnt auf den Boden und in die Luft geht, denn das ist normalerweise sehr ärgerlich, wenn ihr nicht irgendwas speichert, dann habt ihr nämlich euch das Ding mühsam beschafft und dann ist es am Arsch. Nein, ihr geht dann einfach wieder in euer Handy, wählt den alten Speicherpunkt aus und seid dann sofort wieder mit munterem Leben und neuem Jet in der Luft und könnt weiter Stunts fliegen und weiteren Blödsinn bauen. Also, wenn ihr beim Krankenhaus rauskommt, zack, Menü auf, dann auf Spiel, Spiel laden, den alten Speicherpunkt auswählen, einmal den Ladebildschirm abwarten, der ja relativ lange dauert und dann seid ihr wieder im vollen Jet und viel Spaß damit. Das war auf jeden Fall meine Idee, wie man eigentlich jederzeit mit einem vollen Jet, wann immer man Bock hat, ohne vorher irgendwas machen zu müssen, man geht ins Spiel, lädt den Speicherpunkt und kann losfliegen, einfach um ein bisschen Stunts zu fliegen und sowas. Das wäre meine Idee dafür. Und das Ganze gilt natürlich dann auch für den Panzer, deswegen würde ich sagen, wenn ihr den Jet in der Luft habt, nehmt einen neuen Speicherpunkt, denn dann könnt ihr den alten, wo ihr vor der Basis seid, noch nutzen, um euch einen Panzer zu holen, denn auch da ist es am sinnvollsten, eine volle Schutzweste zu haben. Ihr könnt auch da Trevor nehmen, natürlich könntet ihr euch jetzt auch noch Franklin holen für den Fastkill, aber mein Gott, das ist ein Panzer. Also auch da am besten einfach mit Schutzweste und vollem Leben und so weiter vor der Basis stehen und dann heißt es abwarten, denn man sieht dann in der Ferne den Panzer langfahren und man muss das Ganze ein bisschen timen, es ist auch ein bisschen Glückssache, denn wenn ihr zum falschen Moment reinfahrt, dann haut der Panzer euch im Nichts weg. Das seht ihr auch im Hintergrund, dass ich da einige Failversuche hatte. Und dann ist mir aber eine andere Idee gekommen, nämlich warum soll ich denn eigentlich zu dem Panzer reinfahren? Lock ich doch einfach den Scheißpanzer zu mir raus. Also habe ich irgendwie dafür gesorgt, dass ich Sterne bekommen habe, das habe ich gemacht, indem ich eine Wache innerhalb der Basis von außerhalb angeschossen habe und dann dachte der Panzerfahrer sich, hey, da schauen wir doch mal, was der böse Bub da draußen macht. Ist rausgefahren, ist irgendwie zu dumm dann da rauszufahren oder darf da nicht rausfahren oder will er nicht rausfahren, ist also ausgestiegen, zack den Panzer, ähm, wie nennt man den Panzerfahrer, Panzerführer erschossen und dann einfach noch zum Panzer hinlaufen und einsteigen. Dann mit dem Panzer abhauen, das wird dann ein bisschen schwierig. Mit dem Jet wird man vier Sterne ziemlich leicht los, mit dem Panzer so gut wie gar nicht. Ich wüsste zumindest nicht wie, denn da kleben einem dann alle Kops der ganzen Nation am Arsch, hat man das Gefühl, aus der Luft und vom Boden. Man kriegt die zwar leicht kaputt, man kann auch einfach drüber fahren, aber man wird sie eben nicht los, weil man relativ langsam ist. Man könnte wahrscheinlich irgendwo zu einer Garage fahren und das Ding speichern, aber es geht halt auch irgendwann kaputt. Aber man kann auf jeden Fall vorher einiges mit in den Tod reißen, einen ordentlichen Rampage starten, fünf Sterne Spaß haben. Also, ähm, und dann, wenn ihr einfach einmal außerhalb der Basis seid und mit dem Panzer, würde ich einfach einmal speichern auf einem neuen Speicherpunkt. Dann habt ihr zwei Speicherpunkte, einen, in dem ihr jederzeit im Jet rumfliegen könnt und einen, in dem ihr mit dem Panzer einfach mal ein bisschen für Chaos sagen könnt. Oder wie gesagt, Jet oder auch den Panzer könnt ihr im Hangar oder in der Garage versuchen zu speichern. Muss man allerdings auch erstmal hinkommen. Und beim Jet vor allem finde ich es gut, wenn man einfach direkt auch in der Luft ist und nicht mehr irgendwo noch starten muss. Nein, man kann direkt losfliegen und hat Spaß. Also, ihr seht auch hier, wenn ihr dann im Panzerster habt, einfach den Speicherpunkt für den Panzer neu laden. Ich würde mir am besten einfach irgendwo notieren, welche Uhrzeit der Jet war und welche der Panzer. Und dann seid ihr eben wieder an der Stelle und könnt mit dem Panzer Blödsinn bauen. Ich habe jetzt noch keine richtig gute Lösung, wie man dann den Panzer von den Sternen wegkriegt. Man könnte natürlich einen Sheet reinschmeißen, wenn einem das egal ist, dass man das Fahndungslevel senkt. Das ist ja eh ein extra Save-Game, insofern kann man das eigentlich auch machen. Da kann man mit dem Panzer hinfahren, wo man will und ordentlich für Terror sorgen. Das waren jedenfalls meine beiden Tipps zum Jet und zum Panzer. Ich weiß, dass das für einige selbstverständlich ist, aber das mit dem Quick Save, da denken nicht alle dran, denn das ging bei GTA ja früher nie. Da hatte man ein Haus, da hat man gespeichert, ist dann irgendwo hingefahren, hat es versucht, wenn es nicht geklappt hat, aber man war tot oder man hat neu geladen. Und hier, dadurch, dass ihr eben vor der Base euch mit perfekten Eigenschaften speichern könnt, gibt es dann eben doch die Möglichkeit, früher oder später den Jet und auch den Panzer relativ einfach zu erhalten. Ich finde das Ganze ganz hilfreich. Ich bin froh, dass ich diese beiden Save-Games habe und da mal ordentlich Blödsinn machen kann. Vor allem das Jet-Safe-Game finde ich sehr geil, weil dann muss man nicht immer zu dieser Basis. Es ist wirklich teilweise sehr schwer, da reinzukommen. Manchmal geht es gut, manchmal wird man wirklich mehrfach zerballert oder man versucht es aus der Luft, dann kommen Abwehrraketen, der Jet startet nicht oder wenn man den Jet startet, wird man abgeschossen und so weiter. Also ich finde es so ganz gut. Wenn ihr noch Tipps habt an meine Zuschauer oder auch an mich, wie man das Ganze noch einfacher gestalten kann oder wie man irgendwas speichert oder sonst irgendwelche Tricks in Richtung Jet und Panzer, dann schreibt es in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte sonst einigen auch ein bisschen helfen. Manche kennen das sicherlich schon, aber vielleicht nicht alle. Also das war wieder ein Video von mir zu GTA 5 außerhalb der Story zu einigen anderen Sachen. Euch einen schönen Tag und das Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Walle. Bye, bye.